Komm schon, geh einfach down! Und doch! Lass das! Lass unseren Begleiter in Ruhe, du Bestie! Ah! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier weg! Perfekt! So, und als nächstes... Von hier kamen wir! Wir gingen hier so durch... Dann geht's vermutlich hier weiter... ... ... ... ... ... ... ... ... Ben! Wow! Dann komm da mal lieber runter! Ja! Pech für dich! Deine eigene Falle hat uns geholfen dich zu besiegen! Ähm... So komm schon! Pats Junge! Ja, was willst du denn? Okay! Scheint als müssten wir nun hier runter! Wusstest du doch! Wusstest du doch, dass da etwas faul ist! Mann! Ja! 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 Hallo! Meine Güte! Wow! Ich brenne! Ich bleibe mal drin stehen! Meine Güte! Wie dumm muss man denn bitte sein! Okay! Wo ist denn nun die Klaue? Eine Klaue! Eine Klaue! Eine Klaue! Und fertig! Na, mach doch mal! Macht euch bereit für den Kampf! Ich will euch wie ein Insekten zerquenchen! Oh! 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 Was? Pemfrat! Meine Güte! Ihr hättet auch gleich aufgeben können! Oder habt ihr wirklich gedacht ihr hättet ne Chancee! so dann nehmen wir uns mal die heilung ok, das Wort hätten wir dann schon mal behaltet doch den Mist so, nun steigen wir noch eine Stufe auf ich denke, ein bisschen mehr Gesundheit könnte ja auch nicht schaden und dann denke ich, gehen wir hier mal ein bisschen auf Rüstung ich denke, schadensmässig sind wir sehr gut unterwegs dann halte ich es doch mal für wichtiger ein bisschen mehr auf Rüstung zu gehen damit wir da auch bei Drachen ein bisschen widerstandsfähiger sind komm, mach auf das Ding ihr habt die Gefäße gefunden als er noch lebte, ließ Hefnorak all sein Blut aus seinem Körper fließen dieses Blut befindet sich in den Gefäßen wenn ihr sie ausleert, nehmt ihr ihm jede Chance, seine früheren Kräfte zurückzuerlangen sehr gut danach werde ich Hefnorak losbinden der Licht wird geschwächt sein, wenn er aufwacht hat okay ähm, und was sonstige ist ich bin auch ein ernstzunehmender Gegner seid bereit unterbringt das Ritual nicht Okay Okay Ah Ah! Ach! Ach, komm schon! Und... Eigentlich wollte ich den... ...letzten Schlag vollbringen. Naja, was soll's. Scheißegal. What? Okay. Einfach mal weg. Wer's tippen? Okay. Ja. Haben wir da so einen... ...so einen Ding da... ...bezwungen, auch gut. Und... Ach. Okay. Okay. Valken... ...Ring! Der Valk... ...Ring! ... 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